Hallo zusammen, ich bin der Botschafter von Lint & Sprüngli, oder? Also, von dem her denken Sie bitte daran, wenn Sie ein Praline essen und die Schauke bitte schmilzt in der Hände, dass Sie dann wirklich einfach ihre Hände sehr gut mit Wasser und Seife waschen, oder? Dankeschön vielmals. Von dem her, ja, das ist im Fall kein Witz, oder?